Moin und so Mädels, ich bin's, euer Flushy Zockt. So Leute, meine Facecam ist endlich angeschmissen worden und ich möchte auf jeden Fall wieder paar Röntgen MarioCut 8 auf der Wii U zocken. Und ich hatte ja im letzten Part erwähnt, also so, äh, ja, gesagt, dass ich für euch extra eine Umfrage, also dass ich eine Umfrage bei Stropel mache, machen werde, was ich leider nicht gemacht habe. Und, ja, ich wollte so eine Umfrage machen, so, was ihr als nächstes Video sehen wollt. Und ich werde auf jeden Fall daran denken, also, dass ich das in diesem Part für euch mache, also, dass ich euch den Link dann in der Videobeschreibung oder unter den Videos, unter den Kommentaren posten werde. Und ich möchte in diesem Part nicht offline zocken, sondern, ja, gleich online. Und ich werde diesmal wieder eine Challenge machen. Ich mache ja meistens gerne Challenges. Ich werde fünf Sekunden nach dem Start warten. Und, wie ihr gesehen habt, diese Kombination werde ich nehmen. Ja, Standard Yoshi natürlich. Und dann werde ich dieses Dreirad, Bullet, Bullite, ähm, nicht dieses Rennen. Dann diese riesige Räder und Papierflieger. Also, das ist jetzt egal. Auf jeden Fall nur die, ja, Räder. Ich werde mal kurz hier die Leistung alles euch zeigen. Und die Beschleunigung ist sehr, also, ja, nicht die beste, ne, kann man sagen. So, wenn ich dann nach der, äh, also jetzt eine fünfte, also eine sechste Platzierung, ja, obwohl sechster ist natürlich schlecht, der wird sich, glaube ich, auch, ja, auf dem sechsten Platz freuen. Aber trotzdem ist das schlecht. Da seht ihr ja schon das Rote. Das werde ich dann nehmen, wenn ich dann sechster geworden bin. Oder noch schlechter. Ja, ich habe jetzt nur diese eine Chili. Ich werde die mir so möglichst aufteilen, so, weil sie jetzt mehrmals verlieren sollte. Ähm, ja, auf jeden Fall gehe ich ins Online-Modus und bis gleich. So, Leute, jetzt bin ich, ähm, auf jeden Fall ready für die Challenge. Und hoffentlich vergesse ich jetzt nicht, ähm, die Hälfte von der Challenge, weil manchmal, wenn ich mir so eine Challenge vornehme, vergesse ich dann zu zählen. Zum Beispiel nach dem Start, wisst ihr. So, okay, nicht vergessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, los geht's. Ich musste gerade, äh, den Part nochmal neu starten. Also, ich hatte ja schon ein Rennen gefahren, aber ich hatte vergessen zu zählen. Also, ich bin einfach direkt losgefahren, so. Ähm, ja, das war auf jeden Fall jetzt nicht die Sende-Challenge gewesen. Aber ja, ach du Scheiße. Habe ich überhaupt nicht gesehen. So, hoffentlich komme ich irgendwie klar. So, ich bin jetzt so in einer Gruppe gejoint, so, das ist jetzt, glaube ich, eine Ordnung. Also, da ist vielleicht auch Herausforderung mit dabei. Also, ja, ich muss mal schauen. Da sind viele Japaner, habe ich gesehen, meine ich. Ne? Die regeln ja schon. Oh mein Gott. Alter Schöne. Da kommt. Ah, das ist Mist. Okay, ich sehe grüne. Äh, äh, so. Ich hatte, also heute ist ja, äh, laut Kalender haben wir heute den Donnerstag. Und. Ich hatte, ja, wie immer, habe ich Montag und Donnerstag Berufsschule. So. Es war ein bisschen etwas, ja, ich hatte echt, wie soll ich sagen, keinen normalen Unterricht gehabt. Ich hatte nur zwei Stunden. Also, es war jetzt echt, überhaupt. Ähm, ja. Ich wäre am liebsten zu Hause geblieben, aber wenn ich schon früh gegangen wäre oder so, hätte ich das dem Betrieb Bescheid geben müssen. Ich arbeite ja, ich mache ja eine Ausbildung und mein Chef muss echt alles wissen. So, wann ich, äh, ja, wenn irgendwas ausfällt, ne, so, wenn ich jetzt früh aus habe als sonst. Und. Ich hatte heute, ja, laut Plan hatte ich gesehen, dass ich die erste Stunde Entfall gehabt hatte und das, dann sagen wir noch, zweite Stunde, zweite, dritte. Hatte ich Vertretung und Betreuung gehabt. Also, da hat man eigentlich auch nichts Besonderes gemacht. Also, ich, ja, kennt ihr vielleicht sowas selber, wenn man Betreuung hat und dies, das. Ja, jetzt werde ich gefickt, ey, alles klar, in der letzten Runde, ey. Okay, das war's, ne. Alles klar, okay, ich muss schon essen, ja. Schön, danke an euch allen, echt. Ihr seid echt alle lieb, wie ihr mit mir umgeht. Jetzt, ja, ne. Ja, ich habe mir ausgerechnet die rote genommen, wisst ihr? Da war auch keine andere gewesen, da war jetzt nur, hab ich sowas gefunden, leider. Oh, scheiße. So, Leute, jawoll, natürlich, ja, jetzt kann ich schon direkt wieder die nächste dranbeißen, ey, mein Gott, Leute. Ihr seht, glaube ich, selber, dass ich rot schon anläufe, anlaufe. Ähm, ja, ich habe schon echt, äh, ganz ehrlich, Alter, mir reicht's schon, ey. Also, ich brauche gar nicht mehr dran zu beißen, Alter, das ist, fühlt sich schon so an, als hätte ich die ganze gegessen, ey. Alter Schwedl. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe keine fünf Sekunden gewartet, mein Gott, ich habe es doch am Anfang schon gesagt, ey. Oh. Wisst ihr was? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, ist das pervers, Alter, das ist sowas von pervers. Oh. Mein Gott, fahr doch mal gescheit, ey. Gut. Macht einfach mal selber die Erfahrung, macht mal so eine Challenge, damit ihr selber merken. Ach, du Scheiße, nee, kannst du vergessen, Alter, kannst du komplett am Arsch. Ähm, ja, Leute. Das war's mal komplett, ne, würde ich sagen. Das gibt's doch nicht, Leute, echt. Was ist das für ein Scheiß wieder? Äh, das bringt gar nichts, ey. Boah. Aber es hat sich jetzt abgekühlt. Das ist nicht mal so. Wie am Anfang, ey. Verdammt, Alter, verpiss dich da. Das sieht sehr schlecht aus, Alter. Oh, mein Gott, nee. Das ist... Fuck off. Komm, mach. Ja, das war's, ne. Oh, mein Gott. Ah. Ah, Mist, ey. Scheiße. Ja, ich hab gesagt, auf dem sechsten Platz, ne. Sollte ich schon anbeißen, ey, verdammt. Aber komm, Leute, Regeländerung. Ohne Witz. Also, wenn ihr sich freut. Also, auf dem siebten Platz sollte man das auf jeden Fall essen. Ähm, ich hab echt schon genug. Das ist Wahnsinn. Hier, seht ihr auch? Ich hab echt nur so ein klein bisschen genommen, ja. Und das ist schon echt ne Aus... Oh. So, Leute. Drückt mir die Daumen, bitte. Jetzt darf ich auf jeden Fall nicht weiterfahren. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Weiter geht's. So. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch selber gemerkt, es ist ja im Moment noch draußen so frostig. Also, heute Morgen hat man das auf jeden Fall gemerkt, bei mir. Und ich bin ja mit Auto, ähm, zur Schule gefahren. So, ja, das erste Mal. Ich bin ja sonst, ähm, mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Ja. Ich muss ja erst mal am Anfang, äh, ja, die Heizung so aufdrehen, weil das ja, weil die Scheibe beschlagen war. Und kennt ihr, glaub ich, selber auch, wenn ihr selber ein Auto, ja, besitzt. Und, es ist das erste Mal gewesen, aber ich wusste ja auch im Vorhinein so, dass man natürlich die Heizung wirklich auftreten muss und, dass man den erst mal so laufen lassen soll, ne, so. Ja, so ist das immer. Ja. Oh mein Gott, ey, das ist natürlich wieder assi. Ausgerechnet wieder, äh, ja, auf eigene Dummheit. Eigentlich eher gesagt. Ja, komm, Alter, ja. Kannst du schon wieder vergessen, Alter, wa? Alter Schwede, Alter. Es sieht so aus, dass ich nicht verschont bleiben werd, Leute. Verdammt, echt, das ist doch scheiße, Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack hier. Ich will einfach eine gute Platzierung machen. Ja, komm mal alle ran hier, also. Ach mein Gott, ey, was bin ich denn für ein Schussel, echt? Das war's mal wieder komplett, ne, also. Gut. Habe ich auf jeden Fall eine gute Entscheidung getroffen. Ja, auf jeden Fall, ey. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Gut. Gut. So Leute, ja, ich nehme jetzt einfach mal, ich nehme auf jeden Fall weiter jetzt teil. Ich muss auf jeden Fall trotzdem cool bleiben. Mein Gott, ist das ein Scheiß wieder echt. Ausgerechnet so eine Map. Ja, und dann noch die Karkam. Ey, willst du mich jetzt ärgern oder was? Mein Gott, die Scheiß, oh man, hallo. Ja, kein Signal. Echt, Beste. Ja, kannst du schon vergessen. Ich könnte mir gerne noch Vorschläge geben, was ich als Challenge noch machen soll. Ich hätte sonst keinen Plan. Ich bin echt für jede Challenge offen, sag ich mal. So. Ich werde mir einfach mal, ja, einfach eine Challenge rauspieken, wenn ihr welche habt. Ähm, ja, genau, der Michtendo, der, ähm, ja, so ein Zuschauer von mir, hat mir einen Vorschlag gegeben. Ja, ich habe das gar nicht angesprochen. Und zwar sollte ich, boah, habe ich gar nicht gelesen. Ich sollte auf jeden Fall so Witze, gute Witze machen. Ähm, ja, auch kein, also so keine Flachwitze oder so. Da war irgendwas, aber das war jetzt nicht genau alles, was er von mir wollte. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht der Komiker, ja, also von mir brauchst du das nicht zu behaupten. Und, ja, eventuell aus dem Internet kenne ich auch welche. Ja, klar, das ist klar. Ausgerechnet muss der Formel-3-Rote haben. So. Oh mein Gott. Ja, fick dich. Alter. Das ist so ein Rotz hier, echt. Ich könnte heulen, ey. Das ist so widerlich, echt. Das ist einfach nur absurd. Ja, ich habe keinen Plan mehr weiter, Leute. Mir reicht's, mir reicht's. Also, das ist jetzt wirklich das Ende. Und, ja, ich, es ist kein Wunder, dass jemand wieder reinplatzen muss, ja. Geh mal wieder raus, ja. Geh mal wieder ab und zack, bitte geh weg. Geh weg, bitte. Geh weg. Ne, war ich nicht. Nein. Ja, ist mir egal. Ja, schön, dann hört man mich halt. Mein Gott. Hey. Hey. Ja, Leute, ich mache dann den Party zu Ende und ich muss ja noch dran beißen, ne. Äh. Ja, Leute, ne, dann höre ich jetzt mal den Part auf, ne. Haut rein und ciao. Du bist unglaublich. Machst du bitte die Finsen. Kannst du wirklich schon was? Nein. Vielen Dank.